Herzlich Willkommen bei der Leibniz-Politik und Willkommen auf unserer kleinen Baustelle. Wie er war ich übrigens gestern gegen abrupten Abbruch des Videos. Der Tag gestern war einfach Stress pur. Also, wenn man die Leute sich da denken, frag ich mich. Warte mal drüber, jetzt bauen wir mal unsere Seite aus. Ups, ich muss kurz zurück. Habe auch vergessen. Wie sind das denn gesagt? Wir haben ja bald heute Nacht und da würde dann im Vorfeld noch ein bisschen was. Jetzt noch müssen sie die zweite Pfanne bauen. Oder erweitern, sagen wir so. Und dann würde ich sagen, würde ich die jetzige Pfanne nachher durchstecken. Und dann kann ich losgehen. Wir freuen uns gerade auf die heutige Nacht. Wir haben ja die wir überlieben. Wir brauchen zwei Punkte. So g' ich habe es nicht angerufen. Wir brauchen, hier. Wir brauchen ein paar paar Jahre. Das ist ja. Diese Eberwelt. Hier können sie noch was gucken. Ähm. Ja, wir brauchen ein Einer. in einem Faktor und das Auto erdrehen können. Dann werden wir halt sehr verwischt, dass wir leider nicht nachmachen. Aber wir können das auch jetzt da reinmachen. Sonst machen wir einfach nur noch mehr Schaden. Das wäre auch gut. Und dann könnten wir ja auch mit zwei Punkten betreuen machen. Also, wir bleiben dann auch mal voll. Und dann ist er mir im Bett aufgestellt. Das wäre die Falle, was ich mir schuhe doch gleich war. Und darum ging's mir. Das übergieß mir. Dass die Uhr nicht bei jeder Kleinigkeit den Flachmeier macht. Das ist das, was ich mir schuhe. Das ist das, was ich mir schuhe. Und dann ist das, was ich mir schuhe. Das ist das, was ich mir schuhe. Das ist das, was ich mir schuhe. Das ist das, was ich mir schuhe. So. Und das ist das. Und das, was ich mir schuhe. Das ist das, was ich mir schuhe. Ich weiß mal, was ich mir schuhe. Das ist das. Das ich mir schuhe. Ich will! Und ich weiß, wie es geht. Und das mache ich nicht. Ich glaube, dass sie kostengünstig ist. Und die auch chemafrei ist. Und darin kommt es mir nebenan. Chemafrei. Und dann tut es heute noch keine Erfahrung ab, wie das Ganze so abläuft. Ich weiß wieder, wie das nicht geht. Aber wenn du GEMA sagen, bin ich noch sehr unbedarft. Und das werde ich auch bald angehen. So. So. Also da, wo die Bodenwerte darauf kommt, wird er Maschinen verrauben. So. 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 ja ja sehr gut ja 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 wow ja das Hm, ich zeige dir, aber das werde ich dann mit einem Spitzhammer abtragen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz nach Schwulen und Händler. Oder wir suchen uns ein bisschen von Brühe. Woher weh? Woher weh? Woher weh? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe mich auf den Kranen gebetet, dass ich den Kranen nicht verletze. Das möchte ich erstmal mit Musik unterliegen, deshalb möchte ich auch diese Runden, die Jäger und dass wir was ich heute mache, als wir dann mit Musik untermalen oder vollständig, was wir dann heute machen. Weil dann, äh, es ist sehr froh, dass wir zusammen machen. Weil es will auch, dass wir bei der Entschließung gesichtet, wobei ihr seid. Wir sehen uns. Wir sehen uns. UNIDWEIKZER UNIDWEIKZER So, die war dann immer eine Bandsch, also ihr denkt, damit kommen wir ja dann ein bisschen mehr ansammeln. So. Das wird jetzt meine kurze Gutrunde vorerst, würde ich da sagen. Das ist ja, ähm, das ist ja so Gutrunde, kurz, kurz, kurz. Uff. Ihhh. Uff. Ihhh. Ihhh. Ähm. Blut du. Ähm. Wollen wir mal so sagen, genau, sei es die Gutrunden relativ kurz, solange noch keine geeignete Soundclouds gefunden hat, hätte ich das schon besser, dass es tolles Interessanter bleibt. Ihr habt den jetzt gesehen. Da hätte man die Klammer nicht ausbauen können. Die könnte man bei uns immer noch gebrauchen. Die Klammer nicht ausbauen können. Die Klammer nicht ausbrechen können. Das wird jetzt unser Metallvorrat werden. Ah, lebe es doch auf, Mensch. Ja, lebe es doch auf, Mensch. Da sah bei oben erst ein Ingesent aus, da wird das mal reinbucken. Hier ist das noch ein Ex. Hier ist das noch ein Ex. Mögen, Mögen. Mögen, Mögen, Mögen. Das ist richtig. Ja, das ist gut. Abba! Ach, bester of you! Oh. Da nehmen wir eins, was wir brauchen. Der ist. Der Mensch. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass die Folge dann gelungen sind. Und den Rest machen wir dann in einer neuen Folge. Ja genau, den Rest machen wir dann in einer nächsten Folge. Also ich wünsche euch noch einen zweiten Feiertag, bis zum Restfeiertag. Und bleibt gesund, passt auf euch auf. Und das war Leo. Und das war jetzt ganz wichtig. Schlecht mir doch meinen Daumen. Und ab und da. Der Folge. Geil. Ciao.